Wir arbeiten in einem Betrieb, in dem wir, wir führen nicht stumpf Arbeiten aus, sondern auch selbstverantwortlich arbeiten. Ja, wir haben hier Verantwortung. Eins muss ich schon sagen, wir haben bisher doch alles durchgekriegt, weil es gut war. Ja, weil es gut war. Ohne uns würde das Ganze doch zusammenbrechen. Unser Betrieb hat einen ganz guten Ruf. Gut, meine Arbeit ist vielleicht nicht gerade die aufregendste, aber vielleicht übernehme ich ja auch bald seinen Platz. Oder mal noch einen Weiterbildungskurs. Eigentlich bin ich schon längst kein Techniker mehr. Was ich schon alles weiß und manchmal noch mitdenke. Die Wurst am Stock, am Kopf. Eigentlich habe ich einen ganz guten Job. Erstmal noch die Fortbildung und dann. Und wenn ihr so weitermacht, so kann ihr eben lange weitermachen, so unflexibel. Da könnt ihr ja auch selber draufkochen. Wer mehr reinbringt, soll auch mehr kriegen. Weiterkommen, das ist fair. Bis zum nächsten Mal.